Attention Duelists, it's time on the round. Die ist es tatsächlich, it's time on the round. Wir sind alle komplett müde. Ja, schön. Schön euch in alter Frische. Ja, das Wort Alter passt hier ganz gut rein, aber lassen wir das sein, ne? Ja. Wir haben uns heute zusammengefunden an diesem wunderschönen Tag und wir halten unser Versprechen ein. Jede Woche ein Podcast. Bisher haben wir es geschafft. Ja gut, waren ja auch erst zwei bisher. Das ist der dritte jetzt also. Ja, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, okay? Nee, nee, es ist drei Viertel, weil wir haben ja noch nicht einen Monat fallen. Ja, ja. Übrigens, das letzte Mal wurde geschimpft, dass wir besser darauf achten sollen, auf unsere Lautstärken fällt mir gerade ein, ne? Nee, das war nur im ersten Teil. Und darum muss ich sagen, es geht auf meine Kappe. Ich habe die Spotify-Version und ich meine bei der YouTube-Version nicht alles, den Sound nicht angepasst, bei der zweiten Folge aber schon. Weil ironischerweise, dein Ton ist leiser, obwohl dein Ton aus der direkten Aufnahme kommt. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, von uns allen am weitesten weg vom Mikrofon bin, weil ich das sehr enjoye, ein bisschen Platz zu haben beim Reden. Platz zu haben. Ja, aber du kannst ja einfach dich selber lauter stellen, theoretisch. Das wäre natürlich eine Option, keine Rolle. Ja, oder wir bearbeiten das nach, dann geht das auch. Ja. Ja, was steht dieses Wochenende an, Maurice? Wie, dieses Wochenende? Ich dachte, das beschieben wir ja für nächste Woche rein. Ja, aber man könnte es ja kurz anteasern, worum es vielleicht das nächste Mal gehen könnte. Achso, ja, okay. Ja, also, ihr hört das Ganze ja erst Sonntag. Auf Spotify sind wir auch. Guck mal hier, jetzt habe ich das auch mal geschafft. Ja, passt. Folgt uns da. Time Out. Ja, so heißt das Ganze jetzt. Ja, was ist am Wochenende? Am Wochenende findet ein einzigartiges Event statt. Ich glaube, so kann man das schon auf jeden Fall betiteln. Mhm. Und dieses einzigartige Event ist ein Event, zu Thema Yu-Gi-Oh, wer hätte das gedacht? Und es richtet sich explizit an Kinder. Und Familien. Ja, aber ich glaube, es ist schwierig, Kinder alleine, also, kommt auch an, wie man Kinder definiert, aber ich glaube, so ein Sechsjähriger sollte jetzt nicht alleine mit der U-Bahn irgendwo hinfahren und dann, ja. Besser ist, ja. Ja, genau, aber es richtet sich an Kinder, genau, und Familien. Ja, und dieses Event hat jetzt halt schon stattgefunden, wenn ihr es hört, wir nehmen das aber frei darauf, das heißt, es kommt jetzt erst. Ja, und das Ganze heißt Dooling Festival und findet in Mainz statt. Ich denke aber, dass wir euch dann einfach in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen werden, oder in den nächsten Folgen. Deswegen, ja, auf jeden Fall sind wir am Wochenende unterwegs und falls das Sonntag noch irgendjemand hören sollte und ihr wohnt in Mainz, ey, ihr könnt natürlich noch vorbeikommen. Stimmt, du hast recht, das geht sogar, ja. Ja, genau. Seid ihr beide da? Ja. Tja. Tja. Okay. Ey, es wäre das perfekte Event für dich gewesen. Es wäre echt das perfekte Event für mich, warum bin ich nicht dabei? Ja, er hätte ja kommen können. Ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, ist nicht schlimm. Aber, Alter, ich könnte so viel mit dir da drehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man hätte auch tatsächlich mal wieder einen Live-Podcast machen können. Oh. Generell, wann ist eigentlich das nächste Mal, dass wir uns so sehen? Also, was ist dein nächster Anlass? Also, bist du auf den Euros? Nee. Oder wann ist das? Ja, guck mal, das ist doch eine super Überleitung, mein Walter, Julian. Ja, gut bin ich, ne? Genauso habe ich das auch geplant. Ah, krass. Ist sie nicht in Deutschland? Ja. Sie ist in Deutschland, ja. Ja, ah, okay, ja, passt. Ah, smart, okay. Hast du auch schon mitbekommen, in welcher Stadt die stattfindet? Nein. Die findet in Berlin statt. Wenn ich jetzt gerade mich nicht komplett irre, ist die vom 26. bis zum 28. Juli in Berlin im Estrell Hotel. Also, das Hotel, wo damals auch die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Warum? Hotel ist ein Kongresszentrum quasi mit eingebauter Riesenhalle. Da war aber schon öfter Euros. Ja, stimmt. Ist nicht das allererste Mal. Da war auf Riesenhalle schon, glaube ich. Eine Riesenhalle. Ja, ja, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Location. Also, alle, die noch nicht da waren, die können sich auf jeden Fall sehr drauf freuen. Das Hotel ist halt so ein bisschen aufgebaut wie so eine Ministadt. Ich möchte jetzt keine Werbung für dieses Hotel machen. Bist du wunderbar? Aber es ist schon wirklich, man fühlt sich sehr wohl da für nichts. Oder? Ich weiß nicht, Maurice, du warst ja auch schon da. Ja, und das Geile ist, wenn man Luxus bekommt, man hat halt ein Zimmer. in diesem Hotel zu bekommen. Also, du stehst auf, fährst mal einen Fahrstuhl runter, gehst zwei Schritte und bist in der Location. Das ist halt anders geil. Ja, das ist mega. War das das Hotel, war da nicht auch 2018? War das Euro oder war das Weltmeisterschaft? Weltmeisterschaft war da, genau. Ja, genau, genau. 2019 war die Weltmeisterschaft. Nee, stimmt, 2019 war das. Und 2018 waren da die Euros, meine ich sogar wirklich, ja. Das kann sein, ja. 18 Euro, 19 WM. Auf jeden Fall, durch die WM kenne ich es halt von damals. Deswegen, ja. Aber, wie gesagt, genug zum Hotel, würde ich mal sagen. Übrigens, mir ist aufgefallen, wir haben uns tatsächlich mal wieder umgezogen. Wow, Julian. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe Shirt anhab. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hatte es im Schrank und ich habe überlegt, zieh es nochmal an, weil lustig, aber nee. Nee, aber für die da draußen, wundert euch bitte nicht. Also wir nehmen meist Hands natürlich an einem Termin ein bisschen mehr auf oder versuchen das. Das heißt, weil in der Vergangenheit kam das schon öfter vor. Ich habe nur einen Pullover, eine Hose. Man macht das gerne und setzt sich hin und nimmt ein paar Sachen zum Vorproduzieren auf. Und ich habe keine Lust, mich nach jedem Video einmal umzuziehen. Nee, also ich habe nur ein T-Shirt in meinem Kleiderschrank. Also ein einziges. Und das ziehe ich so jeden Tag an. Ja, ich auch. Ich wasche das auch nie. Ja. Also ich finde Waschen ist auch übergewertet. Das ist dran gewachsen. Ja, aber genug Abgeschweiferei, würde ich sagen, weil ansonsten verfallen wir hier in alte Muster zurück. Ich weiß, wir können das sehr gut, das Abschweifen, ja, das weiß ich. Aber wir haben tatsächlich eigentlich ein festes Thema für heute. Und zwar wollten wir ein bisschen über das aktuelle TCG-Format mit euch sprechen. Und zwar, dass wir da aktuell ein Tier-Null-Format haben. Aber eigentlich wollen wir auch nicht nur über dieses aktuelle Format sprechen, sondern generell über Tier-Null-Formate, was unsere Meinung dazu ist. Was halten wir davon? Und ja, ich denke, das reicht erst mal zum Thema. Wer möchte anfangen? Soll ich damit starten oder möchte jemand von euch? Du hast das Thema gebracht, also erzähl, wo du hin willst. Also ich habe ja für alle Leute, die es jetzt nicht sehen, ich habe eine Grafik eingeblendet für die anderen, damit wir uns das auch ein bisschen anschauen können. Im aktuellen Format haben wir eigentlich nur zwei Decks, die theoretisch auch eigentlich nur ein Deck sind, die spielbar sind. Und das ist Viking Snake Eye und Poor Snake Eye. Und insgesamt haben wir bei dem ersten großen Turnier, also die YCS in Costa Rica, eine 3 vs. 3 YCS war das, im Top-16-Breakdown einen Prozentsatz von über 81% gehabt, wo dieses Deck im Top-Cut vertreten war. Und das ist auf jeden Fall schon extrem viel. Es gab nicht so furchtbar viele Formate, die in der Vergangenheit an so Zahlen rangekommen sind. Ich erinnere da gerne auf jeden Fall auch an das Spiral-Format 2017. Dort hat das Spiral eine Repräsentanz von 86% und mit diesem Snake Eye-Fileking-Deck kommen wir da jetzt relativ nah dran. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von diesem Format. Mir macht dieses Format einen Riesenspaß. Aber da gibt es natürlich ganz viele gemischte Gefühle. Ich verstehe halt auch, wenn Leute das gar nicht mögen. Ich habe da auch ein eigenes Video zu gemacht. Deswegen würde ich mich für die Leute, die das kennen, jetzt nur wiederholen. Aber so ist aktuell der Stand der Dinge. Ja, der Nächste bitte. John? Ja, was wollt ihr jetzt hören? Ja, okay, dann war ich erst, wenn da Überlegungspotenzial besteht. Also erstmal muss ich sagen, ja genau, es sieht sehr krass aus im Verhältnis. Ich würde aber auch sagen, die Meta ist neu. Also man muss sich bedenken, das Format ist neu. Und man muss sehen, ob es am Ende wirklich ein Tier 0 wird. Oder ob es ein, also gibt es nur das Meta-Deck und Anti-Decks oder gibt es auch andere Decks, die daneben bestehen können. Natürlich hat das auch ein bisschen was zu tun mit der Dauer. Also kommt eine Bandlist, kommen neue Sets, neue Karten und so. Also wie lange das existiert. Ich meine, wenn das zwei Wochen ist, glaube ich, stört das jetzt niemanden. Aber es sieht so aus, als wäre das länger. Aber ich meine nur. Und generell muss man sagen, Tier 0 Formate sind natürlich ein Knackpunkt. Du bist gezungen, wenn du wirklich gewinnen willst, dieses Deck zu spielen. Denn, wenn du das Deck blöd findest, macht dir Yu-Gi-Oh! quasi keinen Spaß. Andererseits fällt es auf, zumindest in der Vergangenheit, das kann man auf jeden Fall sagen, dass halt, wenn man ein Tier 0 Format hat, gewinnt tendenziell halt die besseren Spieler. Tendenziell, ne? Das ist jetzt nicht immer so. Aber man merkt einfach, weil Mirror Matches, man kennt das, Mirror Matches sind immer Pain. Die sind anstrengend, die sind kompliziert. Man muss alles bedenken. Man spielt gegen sich selber ja quasi. Und so würde es ja nicht so heißen. Und da muss man schon sehr lange vorausschauen. Und das am Ende ist dann meist der, der halt das Deck besser spielen kann, beziehungsweise der generell besser im Spiel ist. Und das natürlich für Profispieler sehr gut. Und für viele Leute, die das Spiel an sich gut beherrschen, freuen sich natürlich auch über ein Tier 0 Format, weil man halt einfach genau weiß, woran man ist. Weil Side Deck ist recht klar, Main Deck ist recht klar und so. Also es ist alles sehr klar. Und dementsprechend kann man sich sehr gut fokussieren, sehr viel trainieren. Trainieren ist, glaube ich, ein riesen Stichpunkt, immer bei Yu-Gi-Oh! allgemein. Und dadurch, dass man viel trainieren kann, explizite Situationen und so, ist man natürlich dann in diesem Tier 0 Format und auch vorbereitet als guter Spieler. Wenn man die Zeit nicht hat, natürlich ist das noch schwieriger, weil nicht nur, dass man das Deck spielen muss, sondern die anderen sind quasi auch noch ein Überliegen. Mhm, so ist es. Ja, jetzt habe ich einen Kaffee. Ja, okay, also. Ja, also, ich würde mich euch auf jeden Fall anschließen. Also ich sehe diese Formate hier eingeblendet und mir fällt gerade auf, dass ich tatsächlich alle davon mitgespielt habe. Das ist ja Wahnsinn. Und vom Gefühl her waren manche auch gar nicht so schlimm wie andere. Also, wenn ich mich so an Spiral erinnere, das war Pain, Alter. Das ging gar nicht. Das war dumm. Das war richtig dumm. Also, da würde ich auch sagen, war es tatsächlich eher weniger so, dass der bessere Spieler gewinnt, sondern einfach der Spieler, der anfängt, gewinnt. So ungefähr. Aber ja, an sich stimme ich zu, dass es auf jeden Fall sehr, also sehr skillbasiert ist. Dadurch, dass es halt nur das eine Deck gibt, also gewinnt halt normalerweise derjenige, der das Deck halt besser beherrscht. Und das einzige Problem, was ich jetzt mit dem aktuellen Format habe, ist Snake Eye ist nicht gerade günstig. Also, effektiv, wenn du mitspielen willst, dann musst du bereit sein, gefühlt 1.000 Euro auszugeben. Weil dadurch, dass du eben nur dieses Deck spielen kannst und es einfach ultra teuer ist, ist das schon mal eine Hürde für ganz viele. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch ein Punkt. Aber ansonsten, so aus, also wenn wir jetzt mal diesen Kostenpunkt außer Acht lassen, ist es eigentlich echt cool. Also zumindest, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Jahr oder so dauert, dann wird es irgendwann auch nervig, würde ich sagen. Aber an sich kann das auf jeden Fall echt gut sein, auch wenn viele Leute natürlich davon genervt sind und lieber so ein diverses Format haben wollen. Aber ich würde sagen, das ist Ansichtssache. Also, sofern das nicht so läuft wie damals das Dragon Ruler-Format, das lief nämlich vom 1. März bis zum 31. August 2013. Wenn das nicht so lange laufen würde, dann wäre das sicherlich für alle, denke ich, verkraftbar, wenn das zwei, drei Monate sind. Ich glaube, dann ist das schon okay, weil in der Yu-Gi-Oh!-Historie gab es ja jetzt auch nicht so viele Tier-Null-Formate. Ich glaube, da kannst, oder die kannst du an zwei Händen noch abziehen. So viele sind es nicht. Ja, also, man muss aber sagen, jetzt als Vergleich bei Dragon Ruler, das war 2013, aber jetzt hatten wir noch andere Verhältnisse, was so die Bandlist und so anging. Da gab es so einmal oder zweimal im Jahr gab es eine Bandlist, so März und September oder so irgendwie. Und dazwischen gab es dann nichts. Mittlerweile ist man da ja schon flexibler, was das angeht. Auf jeden Fall, definitiv. Aber gerade du hast eben die Preise angesprochen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also, ich weiß, ich habe es vergessen einfach. Maurice kann da vielleicht helfen oder auch Dujan. Damals zum Zodiac-Format. Wie teuer war so ein Zodiac-Deck? Ich hatte das, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie teuer das war. Barrage war teuer. Ja, Dryden war auch teuer. Echt? Ich glaube schon. Also, ich weiß gerade gar nicht. Also, Barrage war auch so eine 60, 70, 80 Euro Garte. Zodiac war schon teuer. Ja. Was hat man denn für das Deck bezahlt? Sagen wir 300 Euro oder sind wir da auch in anderen Sphären gewesen? Ich glaube schon 500, 600. Ich weiß gar nicht, wie teuer Dragon Ruler war, ehrlich gesagt, zu Peak-Zeiten. Dragon Ruler war richtig teuer. Das war richtig teuer. Also, Drakosach hat, glaube ich, irgendwie 130 Euro gekostet oder so. Stimmt. Alleine die Rare, Rare, okay, wir reden von nur silberne Schrift, Rare, Dragon Ruler, haben irgendwie 15 Euro pro Stück gekostet. Das ist stolzer Preis, ja. Ja, das ist krass. An Spiral? Ich glaube, Spiral war nicht so teuer. Tierlements war wieder recht teuer. Also, bei Spiral war nur der Super Agent damals eine relativ teure Karte, weil der nur einen Print hatte und das war die Ultra Rare. Der Rest war ja gefühlt low profit. Aber der war auch nur bei so 20 Euro. Ja, ja. Und dann gab es noch den Double Helix, das Extradact Monster. Der war auch so 20, 25 bis 30 Euro. Also, ich glaube, Spiral war echt nicht so teuer. Weil da waren eher die Non-Engine-Karten das teure am Deck. Ja. Ja, glaube ich auch. Ja. Also, Geld ist halt immer so eine Sache. Leider. Also, ich glaube, das Ding ist, jetzt allgemein auf die Stimmung, Tier 0 Formate sind nicht gern gesehen oder sind verpönt. Und ich glaube, gerade jetzt ist es noch mehr so, weil der Twist so stark ist. Wir kommen von einem Meta, wo 100.000 Decks existieren und du alles spielen kannst, was du willst und quasi damit toppen kannst, zu du kannst nur noch ein Deck spielen. Das ist natürlich krasser Switch so. Also, es ist halt so, ja, ich kann hier mit meinem Runic-Deck toppen. Und dann auf einmal so, ja, jetzt halt nicht mehr. Also, nicht, dass man das nicht könnte. Ganz streng genommen schon. Aber die Chancen stehen halt schlecht. Also. Das ist richtig. Aber ich meine, Ausnahmen gibt es immer und es wird immer noch den einen oder anderen, keine Ahnung, Branded-Spieler, Flundery-Spieler, Kaschierer oder ähnliches sein, der dann da einen Top holt. Aber es ist halt die Ausnahme und nicht die Regel. Ja. Absolut richtig. Also, wenn du da einen guten Tag hast und quasi immer Shifter ziehst, dann rennst du da durch. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber den Tag brauchst du dann halt natürlich auch. Ja, genau. True. So. Aber ich finde, wir können nochmal auf die Thematik zurück. Was hat Jan am Anfang gesagt? War das Jan oder du, Julian? Dass die unterschiedlich, ja, Spaß gemacht haben oder interessant waren. Also, wir können einfach mal durchgehen. Wir haben jetzt ja, dank Julian, hier so ein paar Formate, die man hier erwähnen kann. Dragon Ruler zum Beispiel oder Spellbook, das waren schon beides Decks, die einfach dumm waren, oder? Also, zu der Zeit, denkt dran, also zu der Zeit, Leute. Ja. Ich habe dieses Format nicht gespielt, da muss es, ich glaube, das war Chance Primetime. Ich war da zwölf oder dreizehn oder so und ich konnte mir beide Decks nicht leisten, weil die einfach so teuer waren. Es war so schlimm. Ich musste damit literally aufhören, Yu-Gi-Oh! zu spielen. Hättest du Evil Swan spielen können? Ja. So das Counter-Deck. Also, die Grafik, wie sie hier eingeblendet ist, ist aber gar nicht mal so accurate. Vom Gefühl her war es wirklich echt einfach, du spielst Dragon Ruler oder Spellbook oder halt Ciao. Also, das war schon sehr krass. Das stimmt schon. Ich meine, man muss auch bedenken, Dragon Ruler hatte mit Superverjüngung, irgendwie am End of Turn plus 100 und Spellbook hat auf Judgment halt auch plus 100. Es war schon unfair. Spellbook war halt eigentlich auch nur gut, weil das legt halt Jaugen hin und Jaugen sagt halt, Dragon Ruler kann nicht spielen. Genau. Aber es geht ja, ja klar, also Spellbook hat profitiert, dass Dragon Ruler so stark war. Also es war einfach so halt Counterpart so mäßig. Aber trotzdem, den Plus der generellen Fall war zu der Zeit ja immens unfair. Ja. Also es gibt ja, also gab es ja kein Deck, was so vergleichbar war und auch lange danach nicht. Also das muss man ja auch bedenken. Also weil die Decks tot waren, gab es lange keine Decks, die dermaßen viel Plus generiert haben. Ja. Ja, stimmt. Zumindest nicht so mit einer Karte. Also Judgment und Superverjüngung ist ja jeweils eine Karte, die so plus 6 oder so geht. Das schon dumm. Wobei man sagen muss, wenn man heute in den Fire King Snake Eye Deck mit nur Normal Summon Ash spielt, erwirtschaftest du locker ein Plus 8. Ne, ich rede von damals, nicht von heute. Ja, ja, ja. Okay. Das ist ja jetzt über 10 Jahre her, so für damals war das noch krasser. Ja, ja, ja. Ja, eben. Das selte Witz so. Und dann, ich glaube, das nächste war Zodiac dann, oder? Ja. Ich glaube, also ich wurde leider auch in den Kumpanen darauf hingewiesen, es gab noch das Teledad-Format. Das ist ja vor Dragon Router. Das wollte ich noch erwähnen, ja, aber da habe ich nicht gespielt. Da habe ich gespielt. Da habe ich auch nicht gespielt, kenne ich auch nichts zu sagen. Ja, ich, good old day. Aber ich muss sagen, ich habe es gar nicht so wahrgenommen, weil ich noch so ein kleiner Nubi war. Und für mich war das, glaube ich, das zweite Groß-Event. Und of course, habe ich mir die King Teledad nicht leisten können. Ich habe damals Volcanic gespielt. Und ja, war sehr lustig. Also, ich bin den, ich war super happy mit diesem Event. Ich bin, ich bin, es war, also ich bin nur Day One gewesen. Äh, äh, nee, nee, warte, doch, fünf, drei, äh, oder nee, fünf, vier bin ich gegangen, glaube ich. Ähm, und war super happy. Aber, ähm, das klingt jetzt so krass, aber ich habe erst die Lost bekommen und dann die Wins. Also, ähm, so ungefähr. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin 0,1 gestartet, dann 1,1, dann irgendwie 1,2. Also, ist jetzt nicht so, dass ich erst durchgelaufen bin und dann auf die Fresse gekommen habe. Ähm, ja, aber da habe ich es gar nicht so wahrgenommen, weil an den unteren Tables war gar nicht so viel King Tailor. Also, ich habe, glaube ich, an den ganzen Tag gegen 2 nur gespielt, aber die Präsenz war trotzdem krass. Also, jeder hat es abgefuckt. Ich weiß noch, also, es ist so, man kennt, kennt ihr das, wenn man jung war, noch so, so splitternde Erinnerungen hat? Und, ähm, ich weiß noch, als ich auf Toilette gegangen bin und dann war da so ein Typ, der ist dann da, oh, die Scheiße, war schon unterhaltsam und ich muss zugeben, ich meine, das ist ganz verzerrte Wahrnehmung. Wie gesagt, ich habe, äh, nicht so viele Turniere gespielt und ich habe halt selber dagegen gar nicht so oft gespielt. Ich fand das Deck so nice, weil ich liebte Dark, ich liebte, äh, Finstern und Bewaffneten Drachen, fand ich einfach ultra krass cool. Ähm, ja, und Synchro war ja auch neu, äh, und, äh, die, also ich finde heute noch, die Mechanik von King Taledad einfach geil, so, also diese Kombination aus, äh, Boss-Monstern und Synchro-Mechanik, ich habe ich gefeiert halt, ne, ähm, aber war natürlich im Verhältnis auch schon over the top, ne, muss man halt schon sagen und da auch Preis übrigens, ne, also King Taledad war anders teuer auch. Ich glaube, das teuerste von allen. Ja, ja, und Abstand sogar. Schwarzgeld, ne, so nannte man es auch. Äh, ich sage nur Crash-Cut-Virus, ne, äh, ging ja allein, weil es ne, ich weiß gar nicht, war es ne Preis- oder ne Promo, äh, äh, schon ein Jump-Promo. Eine Preiskarte war das. Mhm. Ähm, ging alleine, es gab gar nicht viele. Fast so viel wie Snake, so ungefähr. Ja, und man muss bedenken, ne, damals war ja Preis gar nicht so hoch, also es war ja so ein anderes Hoch, hoch. Mhm. Damals gab es ja noch keinen richtigen Markt, wo du die Karten richtig kaufen konntest wahrscheinlich, außer vielleicht Ebay, wenn es da schon... Damals, damals ist Card-Market noch TCG-Market. Na, siehst du mal. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt schon gab zu dem Zeitpunkt. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, aber... Nein, also aus meiner Weise nicht. 2012 auf jeden Fall schon. Ja, das kann so sein. Aber das ist ja... Wann kam Synchro aus? 2008? Ja, aber Teladad-Format war 2010, soweit ich weiß. Ah ja. Ja, ja, klar. Ne, Synchro kam ja auch früher. Ist ja klar, ist ja immer, wenn du mal mit Mechanik reinkommst, das ist nicht sofort Mieter. Ja, und dann gab es doch auch irgendwann noch irgendeinen Pendel-Tier-Null, so keine Ahnung. Ja, genau, Pepe. Pepe, ja. Aber das war sehr kurz, oder? Ja, wurde direkt getötet auf einer Bandlist. Ja. Na gut, das Spiral-Format ging ja auch nicht so lange, waren acht Tage oder so. Ne, es ging auch länger. Es gab zwei große Events oder so damit. Ja, genau, und die waren aber innerhalb von einem kurzen Zeitraum, hier steht vom 30. September bis zum 5. Oktober. das ist OCG, das ist nicht TCG. Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ging trotzdem, also höchstens, also ich kann mich noch erinnern, das waren höchstens zehn, zwölf, also höchstens zwei Wochen, länger auf keinen Fall. Ich meine, es war schon länger, aber, aber da sind wir, ich meine, danach ging es auch noch weiter, also danach war das Deck nicht mehr so stark, aber es war trotzdem noch das beste Deck. Ja, also ich glaube, das T-Null-Format ging weiter, wir hatten dann aber keine 90%-Repräsentanz mehr, sondern so 50%. Ja, so ungefähr. Und da muss ich zum Beispiel sagen, ne, Dragon Ruler, also Teledad war auf seine Art auf jeden Fall unfair, Dragon Ruler, Pepe ja sowieso. und ja, und Spiral war auch schon sehr unfair, fand ich. Ja, war es. Also es hat sich schon sehr scheiße angefühlt, dagegen zu spielen. Ja. So, ja und dann kommen wir zu Zodiac. Zodiac, muss ich zugeben, wirkte, also außer Substitute-Kombo, das war schon sehr dumm, aber, aber abgesehen davon wirkte es trotzdem gar nicht so krass, weil am Ende nicht so viel lag. Also wir kommen von Spiral, alles voll, du kannst gar nichts machen, Dragon Ruler, plus sieben in der Endphase, äh, Teledad, schießt dir alles weg, Utikati, Instant, Pepe, du kannst gar nicht mehr spielen zu, ja, also ich kann so Monster von dir schießen, ähm, und, ja, ich hab Plus gemacht, aber, ja, hier eine Handtrap für dich, so, aber das war, also im Vergleich, also, es ist halt eigentlich ironisch gewesen, dass es halt eigentlich gar nicht so krass war, natürlich war es das beste Deck, ne, of course, so, und die Mechanik war unfair, also, ich glaub, das war ja das, was es so stark gemacht hat, dass Exit-Summen halt einfach nicht mehr Minus generiert, so wie früher, sondern halt Plus generiert, ähm, und das halt jede Normal-Summen-Full-Kombo ist so ungefähr. Ja, genau, das ist ja der Punkt gewesen, jedes scheiß Monster, was du in deinem Deck hattest, war Full-Kombo, und das ist halt das Schwierige gewesen. Und du konntest es halt in jedes Deck splashen. Ja. Du konntest mit Tour spielen, du konntest mit True Draco spielen, du konntest mit, äh, keine Ahnung, mit allem. Mit Metaphors. Ja, mit allem. Ja, mit allem. Ja, und Barrage war dann ja auch noch so unfair, selbst wenn du Deck hattest, was die Normal-Summen genutzt hat, dann hast du Barrage genutzt und hast dann halt wieder ein Monster von Zodiac und dann hast du wieder Kombo. Also, das war halt diese Konstanz, was du halt gemacht hast. Aber ich meine nur, es ist, also natürlich kam man nicht durch die Boards, also trotzdem nicht so gut durch, aber es wirkte nicht so unfair, weil du halt nicht gegen so ein Full-Shock-Master sagst, du darfst keine Monster-Effekte nutzen oder so, oder 3, 4, 5, 6 Omni-Negate, sondern so, da lag halt nicht so viel. Du kamst zwar trotzdem nicht durch, aber es war halt trotzdem halt nicht so unfair wirkt. wie es auch gestern habe ich mir immer die Frage gestellt, so ein bisschen, wie gut wäre Zodiac heute Full-Power? Ich glaube, dass es zwar gesplasht werden würde, es würde eine Rolle spielen, aber es wäre nicht das Maß aller Dinge, glaube ich. Nein, nicht, aber das Problem ist ja bei Splash-Engines, irgendwann kommt ein Metadeck, was es auch splashen kann und dann ist es halt unfair, nicht weil Zodiac unfair ist, sondern weil auch noch das Metadeck gespielen kann. Ja, wie bei Tribrigate halt dann, also, ja, Ich würde aber sagen, bei Zodiac ist halt, also, der Unterschied zu den anderen, die wir davor hatten, ist vielleicht doch, es ist ein bisschen interaktiver. Ja. Es ist nicht so, Board liegt und du kannst nicht durchspielen, sondern, du kannst zumindest versuchen, dagegen anzuspielen, also, ja, es ist einfach interaktiver, also, man hat das Gefühl so, es gewinnt schon der bessere Spieler und nicht einfach nur der, der halt anfängt und das Board hinlegt. Ja, das würde ich auch sagen. Also, es war auf jeden Fall besser. Definitiv. Ja, und dann von Zodiac kommen wir zur, ich finde, umstrittenen T0. Ja, Tier-Levents. Naja, ja. Naja, was heißt umstritten, inwiefern meinst du das? Naja, also, also, wie da Spiral sagt jeder, war schrecklich, Drangular war schrecklich, Zodiac, da spalten sich halt schon langsam die Meinung, aber bei Tier ist es so 50-50, first die einen sagen, geilstes Format ever, übelst gebockt und andere sagen, das war der grausamste Pay in der Welt. Ja, also ich muss sagen, also wenn wir jetzt all diese Tier-Null-Formate durchgegangen sind, fand ich das schon auch am beschissensten, bin ich ehrlich. Warum? Also, muss man vielleicht dazu sagen, ich habe kein Tier gespielt, ich habe den Anti-Pick dazu gespielt, ich habe Sprite gespielt. War nicht schlimm, gegen das Deck hat es immer funktioniert, nur gegen alles andere, was dann kam, halt nicht. Weil das Deck halt so auf Tier ausgerichtet sein muss in dem Format, was halt ein bisschen schwierig war. Aber ich glaube, wenn man selber Tier gespielt hat, die Mirrors, dann hat das natürlich auch gebockt, weil gefühlt beide Decks einfach im Grave liegen, dann ist das bestimmt schon sehr lustig gewesen. Ja gut, aber das ist ja irgendwo der Sinn eines Tier-Zero-Formats. Also, wenn du halt, wenn du, also es gibt quasi zwei Optionen, entweder du spielst das Deck, oder du spielst Anti. Und wenn du Anti dann nicht gegen das Tier-Zero-Deck spielst, dann ist halt doof. Das ist ja immer so. Ja, ja. Aber generell, die Frage ist, weil du sagst, das ist gewollt an einem Tier-0-Format, glaubt ihr wirklich, dass Tier-0-Formate gewollt sind, zu 100%? Oder passieren die aufgrund, ja, Missgeschicke? Beides? Also man muss so sagen, also ich, also Konami hat ja ein Entwicklungsteam, die die Karten entwickeln. So. Und die wissen schon, was Once-Per-Turn bedeutet, oder nicht Once-Per-Turn bedeutet. Ähm, also wenn die Karten printen, im modernen Zeitalter, die nicht Once-Per-Turn sind, und dann noch einen guten Effekt geben, dann wissen die, ah, wir haben den Deck jetzt einen ordentlichen Push gegeben. Ich sag nur so Skystriker Engage oder so. Wenn man die Once-Per-Turn gemacht hätte, Deck deutlich schlechter. Nicht Once-Per-Turn? Bro. Also das war halt absehbar. Also das kann mir niemand sagen, dass das keine Absicht war. Und man merkt das ja auch allgemein, wenn, wenn Karten neu rauskommen, zum neuen Deck-Thema, sobald da kein Once-Per-Turn ist, denke ich mir so, oh, da hat aber jemand einen Liebling gefunden. Weil das ist, das ist ja Absicht. Also die wissen, was das bedeutet, der Unterschied und so. Ähm, und, ja, ich weiß bei manchen halt, bei manchen weiß ich das nicht. Ich, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auf jeden Fall eins, wenn irgendeine kranke Kombo gefunden, wird mit irgendwelchen uralten Karten. Ich glaube, das ist beunabsichtigt. Also ein Entwicklungsteam kann nicht die Brain von irgendjemanden haben, der 100 Stunden zu Hause sitzt und irgendeine kranke Kombo sich rausdenkt. Ähm, das wird halt kein Mitarbeiter machen. Ja. Ist natürlich klar. Also das ist dann ungewollt. Ähm, aber, wie gesagt, wenn so Karten designt werden, das ist auf jeden Fall gewollt. Und dann, glaube ich, denke ich mal, hat noch was ein bisschen ungewollt zu tun mit Verschiebung der Sets. Also, im OZG kommen die Karten raus, TCG kommen Karten raus und wann was veröffentlicht wird. Wir haben ja manchmal einfach eine andere Meter als im OZG, einfach weil wir Produkte zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekommen oder vorgezogen bekommen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Also, wenn die Ishizu Karten jetzt gekommen wären, wenn Tier schon tot wäre, äh, dann hätte man die wahrscheinlich irgendwo anders reingesplasht oder vielleicht doch versucht, Tier irgendwie wieder zu beleben. Aber, aber, dann wäre es halt nicht so krass gewesen. Jetzt wurde, so Tier kam, es nie getötet wurde, weil es ein okayes Deck war neben den anderen Decks ähm, und dann kommt halt Ishizu und dann war halt das Tier Null, ne? Ja, ja, ne, hast du recht, ja. Gut, aber ich habe dich immer unterbrochen, ähm, Tier-Elements-Format. Mich unterbrochen? Ja, du wolltest nur reden, weil das ja ein umstrittenes Format war für viele, genau. Ja, also, du sagst ja anscheinend auch, dass du es nicht so cool fandest, aber ich habe es übel gefeiert, ich habe Tier gespielt. Ähm, äh, also das Ding ist folgendes, ich finde bei dieser Diskussion über Tier-Null-Formate oder über allgemein der ganzen Thematik mit wie zufrieden bist du mit der Meta, muss man eigentlich, bevor man anfängt zu reden, eine Definition festlegen, das haben wir jetzt auch nicht gemacht, redig smart, aber für mich, also ich rede jetzt für mich, ich finde es wichtig, dass das Spiel interaktiv ist und nicht durch Auto-Win-Buttons gewonnen wird. Ja. Und Tier ist genau das Gegenteil davon, demenscheinend finde ich die Meta genial. Mhm, da gehe ich mit. Ja, ich will Interaktion und ja, Leute, für mich ist Handtrap auch Interaktion, ähm, was Leute immer triggert, aber, ähm, ja. Aber es ist ja so. Ja, es ist Interaktion. Ich verstehe, dass wenn du vier Handtraps wirst und da immer noch Fullboard liegt, dass das dann nervt, aber, ähm, generell, ja, bei Tier, wie gesagt, ne, dein Zug ist mein Zug, feiere ich schon mal sehr, weil es sehr interaktiv ist, ähm, und Chainlink 10, und das kam durchaus vor, ähm, beinhaltet er schon eine gewisse Verständnis seines Decks. Nicht, ja, okay, ich habe jetzt fünf Effekte, ja, Chain, 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 egal welche Reihenfolge, juckt jetzt auch nicht. Ne, ne, es war schon alles sehr entscheidend, also es war sehr entscheidend. So, welchen Kenntagier legst du, wie, wann kommt die Fusionsbeschwörung, wann, du musst ja bedenken, dass der Gegner dich auch interrupted und blibblubblubb und er dann ja auch Fusionsbeschwörung machen darf, das heißt, du musst rechnen damit, welche Fusionsbeschwörung er macht, damit du weißt, welche Fusionsbeschwörung du machst, ist übelst geil, also es ist super interaktiv. Ich hatte das Gefühl, es war so bisher das, wie soll man sagen, so das Krasseste, was wir jemals hatten, also Peak Yu-Gi-Oh, was so IQ angeht, so gefühlt, also wisst ihr, was ich meine? Also so, man muss da am meisten denken, so ist, also es war schon krass, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen zu lange ging für den einen oder anderen, so ich glaube, das Ding ist halt, selbst als das Deck gehittet wurde, war es immer noch da und dann wurde es nochmal gehittet und dann war es immer noch da. Und davor war es ja auch da mit Dangers und so. Eben, ja, aber man hat ja zwischendurch dann sogar versucht, nicht das Deck zu hitten, sondern was von der Band ist zurückzubringen, was das Deck indirekt quasi hittet, also das war die Fischer und was nicht alles da zurückkam, falls ihr euch erinnert an diese Band. Ja. 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 Also das Ding ist einfach, auch hier kann nicht sein, dass die Designer gedacht haben, ja, das wird schon schlecht, das Deck-Thema. Ich meine, ja, also Fusionsbeschwörung ist eine alte Mechanik und wir haben jetzt überhaupt noch gar nicht die Erfahrung gemacht, also haben die natürlich schon, das war jetzt ironisch, so, dass Fusionieren vom Friedhof schon stark ist, das ist schon eine starke Mechanik. Und lass mal einfach, einfach mehrere Monster den gleichen Effekt geben, die alle vom Friedhof fusionieren können, das klingt doch fair, oder? Und dann, ja, aber die können ja nicht nur einen Effekt haben, das wäre ja zu schlecht so, die müssen ja noch einen Effekt haben, manche kriegen zwei Effekte, einfach weil sie es können, also das ist schon dumm. Das war einfach, das war einfach gerade dein Format, äh, ja, ja, warum Tier-Element das beste Deck ist gefreestyled, war ja ich. Ja, stimmt. Ja, aber ist das so? Und dann KidColors halt, also da hat auch jemand anderes geraucht, so, ja, also wir brauchen Sucher, Extender und, äh, äh, Miller und einen, let's go. Und auch diese Flexibilität, also dieses, nicht adde, sondern leg auch rein, also du kannst auch gleiche Effekte triggern lassen, also das ist halt komplett gestört. Also wenn du willst, kannst du das jetzt auch raus, kass da nochmal hochladen, ne? Ich hab das schon, ich hab das schon online. Okay, gut. Aber man muss ja auch ganz klar mal sagen, dass wir jetzt im aktuellen Format sind wir auch super interaktiv, was ja auch erstmal super, äh, positiv ist, ne? Dass jetzt ein paar Karten dauert auch verschiedene Effekte bekommen haben, pfjoh, ne? Muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so positiv sehen, dass ein Flamberg-Dragon einen Broken-and-Fried-ofs-Effekt hat, dass er was aus der Spam-Crap-Zone beschwören kann und was nicht alles und dass jetzt ein Snaker-Ash nicht nur sucht, sondern auch noch was aus dem Deck-Special kann, da lässt sich sicherlich auch drüber streiten, aber, ähm, das macht dieses Format halt auch ein Stück weit so interaktiv, wie es aktuell ist, ne? Ja, aber das, äh, ich würde sagen, ist es sogar in dem Sinne ähnlich wie Zoodiag, weil, also wir haben ja gesagt, bei Zoodiag so, ja, da liegt Dryden und jetzt so und bei Snaker ist ja gefühlt auch so, das Board, was da liegt, ist ja dann nicht, also oft gar nicht so viel, aber es macht einfach viel, also, ist das, was ich meine? Ich verstehe deinen Grundansatz, also wenn man davon ausgeht, dass man nur Snaker-Ash als Kombo hat, dann gebe ich dir da recht, aber unfair wird's dann, wenn wir Two-Card-Kombos haben, wenn dann zum Beispiel eine Witch on top ist, weil dann fängt das Deck tatsächlich an, Omnini-Gates zu legen, was so nicht ganz so viele Tier-Null-Format-Decks machen konnten und ein Omnini-Gate in einem Tier-Null-Format macht das Mirror dann teilweise auch unfair, weil wenn du nur mit Engines spielst, dann kann es durchaus sein, dass der Knackpunkt am Ende dieser Omnini-Gate ist, der dich das Spiel verlieren lässt und das finde ich problematisch dabei, wenn man nur diese One-Card-Kombos hätte, ohne diesen Omnini-Gate-Aspekt, dann wäre ich da zu 100% bei dir, aber so finde ich es schwierig. Ja, das stimmt schon, aber ich meine einfach nur so, es wirkt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so krass, wenn du so Spiral, keine Ahnung, so Extra-Link, fünf Negates, das ist ja obvious, aber wenn du dir so Snake Eye Board anschaust, würdest du vielleicht erst mal gar nicht denken, dass es so krass ist. Ja, true, hast du recht. Vielleicht kann man so weit gehen, dass man sagen könnte, dass das schlechteste Tier-Null-Deck von denen ist, über die wir gesprochen haben, zu ihrer jetzt, oder zu dem Zeitalter, wo das Deck erschienen ist. Ja, das wollte ich sagen, Zeitalter ist wichtig, weil wenn du jetzt sagst, Snake Eye ist schlechter als Zodiac, dann so kommen schon Leute. Ja, also schon zum aktuellen Zeitpunkt verglichen mit den Decks, die sonst so existieren und allem drum und dran. Ich glaube einfach, dass wir aber auch in einer privilegierten Situation sind, dass, obwohl wir ein Tier-Null-Format haben, sehr harte Antworten zum Teil haben, also jetzt nicht explizit gegen das Deck, aber wir haben Dark Ruler No More, wir haben Shifter und so weiter und so fort. Das sind Karten, die man damals nicht zur Verfügung hatte gegen Decks. Ja. Also, wie du schon sagst, das ist Lucky Day, zieh mal Shifter, hab Spaß. Ich meine, das kann halt funktionieren, so theoretisch. Aber ich war nochmal zurück auf Snake Eye gemein. Also ja, ich finde sogar, das Boss-Monster, also der Dragon, der ist krass, also der ist auch so broken, aber ich finde, ein Boss-Monster darf das. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist ein Boss-Monster, es ist okay. Und am Ende, das Raus-Special und das Recyceln, also Wiederbeschwören vom Friedhof, das ist ja erstmal nicht stark. Am Ende ist das nur Bodies. Mhm. Auch das Außer-Zauber-Vereingart-Zone-Spezial-Schwörens, ist erstmal ein Buddy. So, was das Deck stark macht, ist ja, der Rest existiert dazu. Ja. Dass eine IP-Masquerain existiert, dass ein Formelsynchron existiert, dass ein Apple-Loser existiert, in die du gehen kannst, dass eine SP-Little-Nein existiert, in die du gehen kannst. Das sind ja so Sachen, die das dann halt krasser machen, weil sonst hast du da nur Buddies liegen. bringt dir halt auch nicht so viel. Ja, und dass man natürlich im selben Atemzug so eine Princess degeneriert, naja, das ist halt auch sicherlich noch ein Aspekt. Ich glaube... Allgemein einfach Feuer-Support komplett eskaliert, einfach Leuchtfeuer, einfach Fire-King-Princess, was so alles. Also, das ist ja insane. Also, da kann mir auch niemand sagen, dass das so aus Versehen passiert ist. Nee, das ist wohl richtig. Aber auch da, Definition, Leute, es haben sich immer Leute beschwert, immer ist Krieger-Meter, immer ist Dragon-Meter, mäh, 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 Pyros-Meter. Ja, so viel Pyro wollen wir jetzt auch nicht. Aber ich überlege gerade so, wie das so beim Kart-Design vonstatten gegangen sein. Dann kann so, hm, weiß nicht, ist Feuer wirklich gut genug? Nee, komm, wir drucken eine Karte, die die Monster alle sucht. Dann ist es auf jeden Fall gut genug. Weißt du, wenn du das reichst und dann noch das Extrate-Monster dazu. Aber, aber hat nicht, ich weiß gar nicht, also es gibt bestimmt noch einige Karten, die es nicht haben, aber fast jedes Deck, also jeder Typ hat jetzt seinen Surge, aber noch nicht alle, ne? Nicht alle, ne? Seeschlangen hat das noch nicht, Fisch hat das noch nicht. Dragoons. Wie bitte? Dragoon. Ja, als Spell-Karte meint Maurice, glaube ich, ne? Ja, ja, als Spell. Also einfach Versteckung für die Armee. Ja. Also, ey, Hexer hat das nicht? Nee, das haben sehr viele noch nicht. Ja, ja, aber deswegen ist es ja, also irgendwann wird es eh sein, dass alle das haben. Und ja, der Zeitpunkt ist ganz zufällig gewählt. Ja, warum denn nicht? Also. Ja, weil, boah, weiß ich nicht. Also, eigentlich, dass Verstärkung für die Armee existiert, ist ja schon kritisch. Ich glaube, und die Karte ist halt uralt. Ja, aber Tanki existiert ja auch. Ja, aber, keine Ahnung, so, willst du wirklich für jeden Typen generischen Surger? Ist das nicht so zu kass? Wird irgendwann kommen. Sag ich dir jetzt schon. Ich überlege gerade, das Hexer suchen einfach Exodia, okay? Ja. Nee. Einfach, und dann nicht Wandspatter, hören. Ja. Das ist halt dann ein bisschen schwierig. Aber Surge einen Drachen wäre auch ein bisschen... Ja, vielleicht für die krassen nicht, aber ich rede gerade für die Randsachen so. Also, das Ding ist doch wirklich bei Pyro, guck mal, stell dir wirklich vor, Snake Eye ohne Leuchtfeuer ist immer noch gut, aber halt wesentlich inkonstanter. Ja, das stimmt. Und damit sagt man sich, ja gut, es reicht ja eine gute Norm, das haben wir, weil kann man ja dreimal suchen. Von daher, weiß ich es nicht. Oder auch hier, beim Design, ja, also, wir brauchen das Bossmonster, okay, wir brauchen das Bossmonster. Ja, also ein Monster kann einfach sich und eine andere Karte weglegen und dann holt man das Bossmonster aus dem Deck. Boah, voll stark, ja, voll stark, ja. Aber wenn das nur ein Monster könnte, wäre das schon schwach. Das ist einfach mehrere Monster aus diesem Deck-Thema geben, diesen Effekt. Also das ist halt so, da merkt man schon wieder, die hatten auch Bock, also. Ja, na klar. Aber ich finde das auch in Ordnung, also diese Tier-Null-Formate zwischendurch mal zu haben. Wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jeden Tag eins haben. Es kommt einem jetzt aktuell vielleicht so vor, dass das sehr häufig war in letzter Zeit, aber es war halt wirklich, wenn man mal schaut, von 2017 bis jetzt nur zweimal der Fall und das ist jetzt nicht so viel, ne? Ja, wer weiß, wie oft das noch kommt. Ja. Aber ja, ich glaube, was mir gerade auch noch auffällt, ist, wo ich meinte mit Absicht, also die Synergie-Lines sind ja offensichtlich, also das Deck-Thema selber bei Snake-Eye, diese Gradlinigkeit der Kombo ist ja schon, also das zieht ja schon blinder gefühlt. Also Ash sucht, Ash sucht, sucht, kann specialen, specialen, sucht, sucht, specialen, also der special den, dann wieder linkt, dann special der auf den Friedo. Also die Synergie ist so obvious und dann kommt ein neuer Elemental-Support raus. Wenn du ein Hero-Monster der Stufe 6-Fusions-Monster mit Heroes drin hast, dann darfst du eventuell, wenn die Zeit stimmt, ein Monster aus dem Friedhof-Spezial bestimmen und vielleicht eine Karte zuerst, aber nur wenn du dann noch einen Schicksals-Held in Friedhof hast, dann denkst du so, was für eine Synergie ist das denn bitte? Da ist ja gar keine hinter und hier ist die halt so obvious. Also das ist halt krass so. Ja, ja, klar. Also da hat man wirklich an alles gedacht so. Der Feedspell noch irgendwie, ja, dass der König gegen die Biere verlieren, kein Problem, die Feedspell, die regelt das schon. Ja, also das ist halt, das ist halt krass so. Ja, ja. Ja, aber hier, ich muss noch mal eben sagen, was ich gar nicht gesagt habe, das ist ein bisschen ein Anliegen. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Definition, Interaktion, Snake Eyes interaktiv. Alter, ich finde es super. Also mir gefällt es. Ja, mir auch. Also bin ich ja genau deiner Meinung. So, wie gesagt, wenn Leute sagen, Interaktion mögen sie nicht, dann ist das echt ein Shit-Format, gebe ich zu. Aber wer macht Interaktion nicht? Ja, also, ne, Rede? Naja, was wäre denn das Gegenteil der Interaktion? Vollene Gateboards oder Floodgateboards? Ja, oder du spielst Zenturion, ne? Du darfst deinen Turn machen, der Gegner nicht. Ja, aber das ist ja auch eine Art, also, Wer mag das wirklich gern? Also wer, also, Ja, aber das ist ja die Ironie, jeder, also, viele, die sagen zum Beispiel, ich will Interaktion und dann kommt Tier oder Snake ein, sagen, ja, aber so viel dann auch nicht. Also, ist dann halt auch irgendwie, weiß ich halt nicht. Man muss sich halt einigen auf was, ne? Naja. Weil sonst kann man ja immer sagen, alles ist scheiße. Das ist so. Gut, meine Herren, ich übernehme mal wieder den obligatorischen Part. Wir sind bei über 40 Minuten. Ist egal, ich hab noch ein Thema, so ein Ding ist das. Du hast noch ein Thema, hast du wirklich noch? Ach stimmt, wir haben ja noch ein Thema. Ach ja! Ich hab mich angeteasert, ich hab's komplett vergessen. Ich hab's auch vergessen. Ich möchte die Frage an dieser Stelle doch nicht beenden. Also, wie fang ich das ein? Also, ich weiß, dass Julian schon Schimmer davon hat, aber lass mich zu Ende reden, bevor ihr reingrägt, ja? Also, es geht um Speedwool, meine Damen und Herren. Ach so, ja. Und zwar folgendes. Es kommt ja jetzt im März, ich glaub im März oder Anfang April, weiß ich nicht, das neue Produkt raus. Das neue Speedwool-Produkt. Echt? Ja, kommt. Echt? Speedwool gibt's noch? So. Da kommt ein neues Produkt raus und es geht an Elemental Neos und so die GX-Time halt, ne? Also, kommen da raus. Es sind auch gar nicht so viele Karten bekannt. Also, Neos ist auf jeden Fall drin, ist bekannt. Aqua Dolphin ist drin, ich glaub ein Dino, also, halt den halt, meinen GX da gespielt hat. Wasserberry. Ja, genau. Und Dandelion natürlich. Genau, Dandelion auch noch, richtig krass eigentlich. Auch von Jaden gespielt bei dir. genau. Speedwool-Format, krass. So, auf jeden Fall das bekannt und soweit so gut. Danach übrigens sind erstmal keine Produkte bekannt. Das ist schon mal so, also, es ist für ein weiteres Jahres erstmal keine weitere bekannt, ist aber nichts Besonderes, weil ist ja oft so. Ist nicht richtig, meine Aussage. Speedwool-Tournament Pack 7 ist noch bekannt. Ja gut, aber das stimmt, aber das ist ja, gehört ja quasi dazu. Also zum neuen Set. Es ist fast immer so. Und das ist ja wie allgemein, OTS-Packs rotieren ja. Das ist ja normal. Mhm. So. Aber, es kommt der ganz große Clou. Rate mal, wo dieses Produkt nicht käuflich erwerblich ist. Ich sag dazu nix, weil ich es schon weiß, deswegen sagst du es. Oder Chan kann was sagen. Ich hab keine Ahnung. Es wird nicht in Europa käuflich sein. Und das weiß man, weil Händler dieses Produkt nicht vorbestellen können. Mhm. Ja, äh, ja, das stimmt. Also ich kann dazu sagen, was war das letzte Speedwool-Produkt, was rauskam? Das war diese Box, ne? Ja. Die lief sogar gut. Ja, schon. Aber das Ding ist, ich erinnere mich noch, äh, Maurice, vielleicht weißt du es auch noch, äh, als wir damit irgendwie, äh, was machen wollten, mit der Box, wir wollten damit irgendein Video drehen, ich hab die nirgendwo bekommen. Also legit nirgendwo. Also kein Laden, so kein Händler, nicht mal so Saturn, Media Markt, GameStop oder so, keine Ahnung. Nirgendwo gibt es Speedwool-Produkte. Niemand verkauft das mehr. Das ist fast so, als wäre das tot, als hätte das nie existiert. Ich glaub, aber das liegt auch ein bisschen daran, weil die nicht so hohe Produktionsauflagen haben, oder? Also ich glaub nicht, dass Speedwool jetzt so viel geprintet wird wie ein Hauptset. Das kann schon sein, ja. Also ich hab tatsächlich, äh, mit ein paar Händlern sogar geredet, also hab gefragt, sowieso gibt's kein Speedwool mehr, und, äh, alle meinten zu mir, dass es halt, äh, also sie's gar nicht mehr ranholen, weil's einfach nicht profitabel ist. Ja, crazy. Ja, und jetzt ist es halt so, dass Europa es gar nicht mehr bestellen kann, Amerika schon. Ja, dann wird's ja wieder teurer. Also dann wird's ja wieder, umso schwerer ist, halt zu kriegen. Ja, aber ich stelle eher jetzt eine harte Vermutung auf. Dieses Produkt kommt am, also ich weiß jetzt nicht, der 29.3. oder 2. Das ist schon richtig. 29.3. Ich hab's auch. Okay, 29.3. Und Leute, was ist am 31.3.? Da beendet Japan ihr Geschäftsjahr offiziell. Oh! Und es sind keine Produkte für das neue Geschäftsjahr angekündigt. Könnte es sein, dass VTL einfach ausstirbt? Also einfach, wenn's vorbei ist? Würde das irgendwen wundern? Oh, that front! Die VTL-Community würde das sicherlich schon treffen, weil die... Die drei Leute? Ne, die gibt es, die ist größer als ich, äh... Also ich hab tatsächlich im Freundeskreis Leute, die fahren nur auf Groß-Events für Speed-Duel und spielen da um diese Giant-Karte. Das ist quasi deren Main-Event. Und ich glaube, ja, für die Leute fänd ich sowas sehr schade, ne? Hallo, ich hab jede Karte dreimal. Hallo, natürlich wie juckt mich das? What the pie? Ja, du, du hast das von Anfang an schon gespielt, das weiß ich natürlich. Und du kommst damit auch so klar, das weiß ich. Ne, ich will dieses Ami-Produkt, das ist voll unfair. Ja, aber ich muss sagen, ähm, ja, wie ein Junge wundert's. Also ich find's auf eine Art schade, auf eine Weise schade, wenn es wirklich vorbeigehen sollte, weil es einfach eine Alternative ist. Und ich finde, Alternativen sind gut, also muss ja nicht jeder nutzen, aber es ist eine Einstiegssache. Ich hab Leute gelernt, die wirklich dadurch wieder ein bisschen reingekommen sind oder auch Spaß das gespielt haben. Es ist auf jeden Fall eine nette Alternative. Und vor allem, was ich mich frage, was ist dann, also was wird danach kommen? Versteht ihr, was ich meine? Aber ich will hier eine kurze Frage einwerfen an der Stelle. Speedtool, wo es erschienen ist, welches Jahr war das? Weiß das jemand kurz auf die Schnelle? 2016, 17. Kann sein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Ich kann nachführen. Du kannst ja nebenbei mal nachschauen. Aber auf jeden Fall war doch, glaube ich, der Grundgedanke von Speedtool auch mal, dass Spieler wieder ins Spiel reinkommen und das ein deutlich leichteres Spielformat ist, um das Spiel zu lernen. Das ist richtig, oder? Ja, 2019. 2019, okay, krass. Ja, das ist krass. Aber man kann ja eigentlich schon auch ein bisschen sagen, dass die Idee dahinter vielleicht auch ein Stück weit gescheitert ist, weil sich das Spiel ja dann doch in eine andere Richtung wieder entwickelt hat, die für einige Spieler dann vielleicht doch wieder zu kompliziert wurde, wenn man das wirklich als Einsteigerprodukt nehmen möchte. Wieso? Ich glaube, na, ich könnte mir schon vorstellen, weil halt ein paar Interaktionen dazugekommen sind, die für einige Spieler, die dann neu dazukommen, das dann wieder ein bisschen zu schwierig finden. Zum Beispiel. Das Spiel hat man einfach zu weit vorausschreiten lassen, dass dann irgendwann wieder Handinteraktionen dazukamen oder die Skills noch brokener wurden und auch quasi dort Tier-Null-Formate entstanden sind in Speedrill selber. Also ich habe das halt am Rande halt so mal ein bisschen mitbekommen. Ich kann jetzt nicht ganz so viel zu sagen, aber so Interaktionen zum Beispiel. Aber wenn man zum Beispiel im selben Art und Zug einen Two-Player-Starter-Deck rausbringt, dann sieht man doch da ganz klar, dass man das intern als gescheitert ansieht und versucht, einen neuen Schritt zu gehen, um die Spieler an das Spiel heranzuführen. Ich würde eher sagen, also die Punkte, die du jetzt genannt hast, also vielleicht gibt es die, kann ich jetzt nicht. bestätigen. So, aber wer kriegt das denn mit? Also wer kriegt das denn mit, dass Speed-Duel zu kompliziert geworden ist? Die Leute, die es aktiv spielen. Ja, richtig. Und wer spielt das aktiv? Nicht allzu viele Leute. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass an sich so dieser Casual-Approach gescheitert ist oder dass das nicht existiert. Es gibt, glaube ich, genügend Leute, die so, sag ich mal, wieder das simplere, ältere Yu-Gi-Oh! spielen wollen. Aber wer hat denn mitbekommen, dass es Speed-Duel überhaupt gibt? Stimmt, ja. Ja, nur die Leute, die aktiv auf Turniere fahren, weil nur da konntest du es auch spielen. Nee, und wirklich, da sind wir bei Saturn-Müller und so. Ja, du hast gerade gesagt, die kriegt man nicht, aber als das frisch war, Speed-Duel, gab es das noch überall. Stimmt. Und allgemein, also, wie gesagt, dies mit der Meter oder so, das ist halt die Meter. Aber wenn du in den Laden kamst, sagst du, ey, hier ist die neue Battle-City-Box, die kaufst du dir. Und die Decks waren schon einigermaßen balanced untereinander. Und dann konntest du ja, das war ja das Coole daran, du hast ja so acht Decks bekommen, konntest sofort mit den acht Decks spielen. Ist schon ein nicer Aspekt. Für Casuals, Leute, das ist Casual-Getalk, das ist nicht Meta. Aus der Meta-Sicht kaufst du dreimal die Box und baust das krankeste Deck draus, ist mir schon klar. Aber ist nicht so Alternativ-Formate wie Addison auch Casual und die sind ja auch gerade mega am Kommen, was ja auch ein Grund dafür ist. Addison ist Casual? Naja, also, ich weiß von einigen Spielern, die kein normales Yu-Gi-Ohio mehr spielen, die nur noch Addison spielen. Und ich würde sagen, dass das halt auch ein relativ, also im Vergleich zum heutigen, ein relativ simples Kartenspiel ist, was nicht so schnell ist. Ja, oder zumindest Goat. Also Addison ist vielleicht sogar, da gibt es noch so krassere Kombos, aber Goat ist wirklich so altbacken Yu-Gi-Ohio. Ja, ja, ja. Aber auch da, also Casual, ich habe das Gefühl, jeder, der Goat spielt, der tryhardet schon ziemlich. Ja, aber das ist aber das Ding, also das, worauf ich hinaus wollte. Weil wer kennt es denn? Wer weiß denn, dass das existiert? Außer Leute, die sowieso Yu-Gi-Ohio spielen und die vielleicht eine Alternative suchen. Diese ganzen Leute, die vielleicht potenziell Interesse hätten, die aber eigentlich gar nichts aktuell mit Yu-Gi-Ohio überhaupt zu tun haben, die wissen ja gar nicht, dass Goat oder Addison existieren. Das stimmt. Ja. Ich merke so, ich habe mein Video zitiert, aber Can, du zitierst dein Video auch ganz schön, mein Lieber. Ja, gut, aber es ist ja einfach praktisch so. Also, was soll ich denn sagen? Wir sind beim Thema. Ja, der Titel steht dann auch fest Die Formatschlacht. Nee, du hast vollkommen recht. Aber ich würde sagen, also bei allen Problemen, die Yu-Gi-Ohio bzw. Konami hat, ist Kommunikation eins der größten. Also Kommunikation, auch Dragon Duel und so, also kein Mensch weiß, dass es Dragon Duel gibt oder weiß, was das ist. So Leute, ich lasse euch mit dem Unwissen jetzt hier. Aber ja, es stimmt, natürlich, du hast recht. also Addison, ich bin eh der Meinung, dass man Addison viel mehr pushen oder Time Wizard mehr pushen sollte. Also mit Werbung, mit einem Produkt für die Formate. Stellt euch vor, ein Addison Display einfach, lol, alle Karten drin, die an Addison gespielt werden. Ja, so eine Box wie damals, hier, wie hieß die, wo die ganzen Handshops drin waren? DuPo? Nee, DuPo hieß die so? Ich weiß es nicht, ihr wisst, welche ich meine. Ja, Dual Powers, Dual Devastator, diese ganzen Dinger. Ja, aber nee, garantiert, dann wäre Addison tot. Also im Sinne von tot, was Kartenpreis angeht, weil dann kostet ja alles 10 Cent. So, es macht ja Sinn, neues Produkt, weiß ich nicht. Es gibt so viele, also keine Ahnung, Shonen Jump, Stratos oder Ultimate Rare, Rüstungsmeister oder so, die droppen ja dann nicht. Ja, das ist ja richtig, aber generell, also ja, man kann sagen, man will das billig, man, aber dann ist halt nichts besonders. Ich fände halt so ein neues Set, also ein neues Set, wo dann halt Ultis einfach drin sind, voll geil. Ja, hätte was. Also, halt normale Booster, halt wie sagt Addison Format oder Time Wizard und dann gibt es einfach neue Ultis, Karten, die noch kein Ulti Print haben. Alter, ich würde es feiern, ich würde es kaufen, safe. Aber es ist halt die Frage, wie groß die Nachfrage am Ende ist, weil wir reden immer aus unseren Bubbles daraus, so, ich weiß halt nicht, wie groß eine Nachfrage wirklich für sowas da ist am Ende. Ja, aber ich frage mich auch, da wir ja wirklich hier auf diese Starter Produkte gerade zu sprechen gekommen sind, wie das Two-Player Starter Deck, also, ob das wirklich von vielen Leuten so, so angenommen wird und die das wirklich auch mitbekommen haben. Weil, es war in der Yu-Gi-Oh! Bubble selber, war das ein Thema, was sehr schnell vorbei war, wo auch keiner mehr drüber geredet hat, so richtig. Leider kriegen wir ja keine Einsicht in die Verkaufszahlen. Ja, ja, das ist das Problem. Aber ich denke, du kannst wissen, ob es gut gelaufen ist, wenn wir ein zweites Starter-Set kriegen. Das stimmt, für Synch, äh, wir haben jetzt Synchron Exit, für Link und Fusion oder so. Aber glaubst du, dass dieses zweite Produkt nicht, wenn es kommt, ohnehin schon geplant war? Ja, vielleicht ist das der Ersatz für Speed-Duel, wer weiß. Ja. So, ich meine, Magic und so hat ja sowas auch, also solche Starter-Sets. Deswegen weiß ich halt nicht. Aber ja, wirkt so. Das Ding ist, also nochmal eben auf Speed-Duel die Kurve zurückzuschlagen eben. Es kann wirklich sein, dass es jetzt zu Ende geht. Und, ähm, ich sag mal so, ich finde es sogar fast besser, es jetzt dann zu Ende gehen zu lassen, als Duel Links 2.0 draus zu machen. Weil, was willst du machen auf Speed-Duel? Wir sind jetzt bei Jaden mit Neos. So, was soll jetzt kommen? Willst du, willst du Synchro einführen? Willst du Synchro wirklich einführen? Ja, dann wird es wieder zu viel. So, dann wird es halt viel. Und wenn du Synchro hast, dann können wir auch Exit reinbringen. Und dann sind wir halt bei Duel Links, wo wir dann einfach einen Link haben, so den Donut haben. Ja, außer man hätte tatsächlich neue Karten, nur speziell für Speed-Duel-Designed. Und das ist wahrscheinlich dann wieder eine Sache. Dafür ist die Zeit nicht da, weil das Team da am TC gearbeitet. Ja, und auch zu teuer, oder? Das ist doch viel zu teuer. Wahrscheinlich auch das, ja. Und dann, es soll ja für Casuals sein, und dann bringst du so neue, exkluzite Karten raus, die quasi nur den Meter pushen. Weiß ich dann auch nicht. Also, ich finde es vielleicht sogar ganz gut, wenn man sagt, ey, hier, wir bringen noch Neos, weil das ist ja auch noch so ein Fusions-Deck-Thema. Und dann, ja, Synchro lassen wir halt einfach. Und ich meine, mehr, was willst du mehr bringen dann so langsam? Du könntest halt irgendwie auf Decks noch irgendwie dann in der Zukunft zurückgreifen, die halt voll spät kamen, erst in 5Ds oder so, die kein extra Deck benutzen. So, okay. Obwohl Flunderies in Speed-Duel will ich jetzt auch nicht. Aber, ihr wisst, was ich meine. aber ich glaube, es wirkt wirklich so und dass es in Europa nicht käuflich erwerblich sein wird, zumindest die Händler nicht, wer weiß, vielleicht ausgewählte, vielleicht doch Saturn oder so, keine Ahnung, aber, äh, die haben es ja jetzt schon nicht mehr. Ja, also, ich glaube es auch nicht. Und ich glaube, es ist vielleicht ein richtiger Zeitpunkt. Man kann, glaube ich, abschließend sagen, also für mich, es war eine schöne Zeitspeed-Tour. Wir sehen uns irgendwann wieder. bin ich froh, dass ich mir das nicht mehr anhören muss von dir. Julian, ich zwinge dich auf der Y-Z jetzt einfach weiter Speed-Duel-Duelle mit mir aufzunehmen. Einfach nur, um dich zu treuen. Mit Can und so mache ich Addison, Goat und so, aber mit dir muss ich einfach Speed-Duel. Sehr gut, ich freue mich. Also, Leute, wir haben jetzt doch fast die Stunde voll. Ja, ja, ich würde sagen, so langsam, äh, sind wir auch am Ende angelangt, oder? Ich denke, ja. Okay. Oh nein! Nein! Oh, meine Speicherkarte ist voll. Nein! Da würde ich sagen, Time Out. ja. Vielen Dank.